Moin! Heute geht es um die neue Welt und zwar wie du dich darauf vorbereitest, um nicht nur den Übergang für dich so angenehm wie möglich zu gestalten, sondern dass du die neue Welt auch richtig für dich genießen kannst, dass du dir dort sogar dein schönstes Leben erschaffen kannst. Und du kannst es dir vorstellen, natürlich hat auch dein Seelenpartner was damit zu tun und deine Seelenaufgabe und natürlich auch deine Seele. Und am Ende habe ich noch etwas ganz Wundervolles für dich, was dich da schon so richtig in die Stimmung bringt. Ja, all das und noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind es Annett und Isi, meine Seele live aus Kapstadt. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, im letzten Video haben wir uns ja mit der neuen Version von dir beschäftigt, die du werden musst, damit dein Herzenswunsch sich auch erfüllt. Und sogar, ich habe die Formel mit dir geteilt, wie du zu der Version von dir werden kannst, die alles haben kannst. Also welche neue ID du dir erschaffen darfst, sozusagen, damit das alles möglich ist. Und heute geht es weiter. Heute geht es nämlich darum, dass du da sozusagen noch eine Steigerung reinbringst. Denn es gibt eine ganz bestimmte ID, die du brauchst für die neue Welt. Und das ist, wie ich sie nenne, deine Soul-ID. Ja, und das wollen wir uns heute anschauen und natürlich noch mal kurz einsteigen in die neue Welt. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe natürlich schon öfter darüber gesprochen, aber ich finde es immer ganz cool, wenn gerade so etwas Neues entsteht, was ja auch so ein bisschen Unsicherheit mit sich bringt, vielleicht auch Ängste, da einfach viel drüber zu sprechen und dich einfach auch da immer mehr reinzuholen und einzuladen, dort mehr einzutauchen, damit du eben keine Angst mehr haben musst. Und heute geht es in diesem Video darum, wie du dich eben darauf vorbereitest und was du da am besten machst. Das heißt, also erst mal schauen wir uns an, was bedeutet die neue Welt, also wie ich das übermittelt bekommen habe, dass du auch weißt, wovon ich rede. Und dann wollen wir es natürlich anschauen, wie kannst du dich darauf vorbereiten und wie ich dir dabei helfen kann. Okay, los geht's. Also, die neue Welt bedeutet nicht, dass wir jetzt hier wegziehen und irgendwo anders hinziehen in die neue Welt. Nein, wir bleiben hier. Es geht vielmehr darum, ein neues Bewusstsein zu schaffen, was sich ja jetzt schon eröffnet hat. Du merkst es ja selbst, dass du viele Dinge ganz anders wahrnimmst oder auch viel neugieriger geworden bist. Wow, was ist denn da eigentlich alles möglich? Was haben wir denn alles für Möglichkeiten? Oder auch, was wartet hier auf dieser Welt für mich? Oder warum bin ich eigentlich hier? Die Sinnfrage wird natürlich auch immer mehr. Oder was ist da überhaupt möglich? Der Seelenpartner ist in deinem Leben, beziehungsweise oder du wünschst ihn dir erst noch nicht da. Aber auch dieses zu wissen, dass da ein ganz besonderer Mensch für dich geschaffen ist und den willst du natürlich kennenlernen, mit dem möchtest du gerne zusammen sein. Oder eben auch zu wissen, wow, ich habe hier eine ganz besondere Gabe, eine ganz besondere Seelenaufgabe, die ich hier leben kann. All diese Fragen kommen natürlich immer mehr und verstärkter und du wirst dich sicherlich auch schon damit auseinandergesetzt haben. Und wenn du mir folgst, hast du dich sowieso schon damit auseinandergesetzt, weil wir uns ja ganz intensiv damit beschäftigen, auch in meinen Videos. So, also es geht um dieses Neubewusstsein. Es geht aber auch darum, dass einfach die Erde höher schwingt. Das heißt, dass auch wir höher schwingen können, also uns das sozusagen erleichtert wird. Und dementsprechend kommen wir natürlich auch mehr in die Fülle, da wo eben alles möglich ist. Und das ist eben auch die neue Welt. Da geht es nicht mehr darum, zu sagen, wie in einer alten Gesellschaft, nur die dürfen das, nur die dürfen reich sein oder nur die dürfen das und die anderen, was so oben, unten, gibt es da gar nicht mehr. Sondern da geht es wirklich darum, dass du du selbst bist, dass du immer mehr du selbst bist. Und das ist das Schöne ja auch bei der Seelenaufgabe und beim Seelenpartner, die ja schon angefangen haben oder beziehungsweise wo du schon mit angefangen hast, den Weg zu dir selbst zu gehen. Und das bedeutet das nämlich, immer mehr du selbst zu sein. Weil da geht es in der neuen Welt darum, dass du aus dir herauslebst, dass du eben auch für dich entscheidest, wie möchte ich leben und aufhörst dir diese Story zu erzählen, die du dir dein Leben lang erzählt hast, weil sie dir erzählt haben, wie du sein musst, damit du toll bist, damit du geliebt wirst, damit du erfolgreich bist, all diese ganzen Sachen und natürlich auch das, was du interpretiert hast und die Story, die du dir natürlich letztendlich aus diesen ganzen einzelnen Facetten erzählt hast. Und darum gilt es jetzt, das einfach mal zu hinterfragen und wirklich mal zu schauen, was will ich denn eigentlich und dich von den ganzen Limitierungen zu trennen. Du weißt, wir haben diese Programmierung, wir haben dieses Filtersystem, das heißt, du entscheidest, was du für gut empfindest, was du für schlecht empfindest, aber das sind eben oftmals unbewusste Programmierung, die letztendlich bei dir läuft. Das heißt, dass du auch dadurch, dass wir natürlich in so einer Gesellschaft groß geworden sind, wo es eher darum ging zu limitieren, eher klein zu halten, da ging es ja nicht, fliegt man nicht zu hoch, sonst kann es zu tief fallen und da denkst du denn, wer du bist, dass du das kannst und all diese ganzen Sachen. Wir wurden ja sehr, sehr klein gehalten und jetzt in die wahre Größe zu gehen, ist natürlich ein ganz schöner Schritt für uns und der macht uns natürlich eben auch Angst. Aber dafür steht eben auch die neue Welt, dass wir all diese Limitierungen, all dieses kleinen Gehalt, all dies kannst du nicht oder du bist es nicht wert, dass wir das endlich mal loslassen. Aber dafür müssen wir uns natürlich auch ein neues Mindset erschaffen, müssen wir in unserem Unterbewusstsein arbeiten, um uns letztendlich eine Programmierung zu erschaffen, die uns halt nicht mehr limitiert, sondern zu sagen, hey, das kann ich ja auch, wenn der das kann. Und das ist eben das Schöne auch in der neuen Welt, da geht es nicht mehr um diesen Wettbewerb, oder dass du dich schlecht fühlst, weil es einer besser ist als du, oder dass du dich schlecht fühlst, weil du vielleicht etwas mehr hast als der andere, weil darum geht es nicht. Weil ich meine, schau dir doch, das ist etwas, was die Menschen erschaffen haben, aber das hat mit der Natur und dem Gesetz der Natur überhaupt nichts zu tun, weil schau dir mal die Natur an, da geht es nicht darum, zu sagen, oh, ich blühe jetzt weniger, damit ich vielleicht dem anderen Baum meinesgleichen sozusagen, da nicht zu viel Licht wegnehme oder mich nicht zu sehr in den Vordergrund stelle oder so. Nein, da geht es darum, der Baum ist hier, um zu blühen. Der übernimmt hundertprozentig seine Aufgabe und das ist ja auch das Spannende, wenn es um deine Seelen Aufgaben geht, und das, was du hier zu geben hast, das wirklich in Gänze sozusagen zu leben und dich auch stolz darauf zu sein und dich zu freuen, dass du das geben darfst und dich nicht wieder klein hältst und sagst so, oh, darf ich das jetzt überhaupt oder wie denken die anderen darüber und vielleicht mag das keiner, weil das ist auch etwas, was in der neuen Zeit ganz wichtig ist, nicht mehr die Anerkennung im Außen zu suchen, sondern, dass du dir selbst eben auch deine Anerkennung gibst, dass du dich selbst siehst, dass du dich selbst wertschätzt, Selbstliebe ist ganz, ganz, ganz oben, ist Prio mit Nummer 1 sozusagen, dass du wirklich deinen Wert erkennst, weil dann kannst du das auch leben, weil das Spannende ist und da hatte ich ja auch in den letzten Videos drüber gesprochen, weil du bestimmst ja deine Realität, das, was du denkst, das, was du fühlst, das, woran du glaubst, das bestimmt deine Realität, das ziehst du an, das ist auch das Gesetz der Anziehung, das ist das Gesetz der Vibration, der Resilienz, das ist dieses Gesetz, wo es eben darum geht, dass dir dein Außen, dein Umfeld eben das widerspiegelt, was du bist, also wenn du noch nicht das Leben lebst, was du dir wünschst, dann sollst du nochmal in dich gehen und da aufräumen und dich von diesen Limitierungen trennen und dich lösen und die transformieren deine Schwächen in deine Stärken und überhaupt mal für dich erkennen, warum, was war da eigentlich los, weil das ist das Schöne, wenn du nämlich in deine Selbstermächtigung gehst, was ich ja auch mal in meinen Selbstermächtigungs-Session sehe, was es bedeutet zu erkennen, warum du da die Limitierung hast und wir wirklich an die Wurzeln gehen, um das eben aufzulösen, wo du dir da schon mal eine neue ID schaffst, nämlich die, wow, wie machtvoll und wertvoll ich eigentlich bin. So, das heißt also, es geht hier nicht mehr darum, sich zu vergleichen, was wir eben auch oft gelernt haben in unserer Gesellschaft. Ich weiß, das ist nicht so einfach, das ist neu, das ist anders, aber es ist ein Prozess und wenn du für dich erkennst und diesen Prozess annimmst, dann wirst du ihn eben auch mehr genießen können, immer mehr, weil du merkst, wie du dich veränderst und wie sich dein Umfeld verändert. Das heißt also, was du denkst, was du fühlst, was du glaubst, das spiegelt dir dein Umfeld wieder. Also bedeutet das eben auch in der neuen Welt, wo es nämlich nicht mehr darum geht, irgendwie in Konkurrenz zu sein oder neidisch oder wie auch, dass du mal guckst, wie wertvoll bin ich eigentlich. Und wenn du das für dich erkannt hast, wenn du das annehmen kannst, wenn du das selbst sehen kannst, ich habe mich viele Jahre nicht gesehen und das war erschreckend, als ich das für mich festgestellt habe. Oder 2008, weißt du ja, als ich dann das erste Mal vor dem Spiegel stand und gesagt habe, ich liebe dich, ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich all meine Liebe in meine Arbeit gesteckt habe, aber mich nicht gesehen habe. Ich habe mich nicht geliebt. Ich kam nicht zuerst. Und das ist jetzt eben auch ganz, ganz wichtig, nicht aus dem Egoismus heraus, sondern weil je stärker du in dir bist, je mehr du in deiner Mitte bist, desto liebevoller kannst du mit deinem Umfeld umgehen. Und das spiegelst du ja auch wieder. Das ist die Energie, in der du dann schwingst. Auch dadurch kannst du mehr in die Fülle kommen, da an die hoch schwingende Energie, da wo jetzt die Erde immer mehr hinschwingt. Weil das Anstrengende ist ja überhaupt die ganze Zeit gewesen, dass wir gegen unsere eigene Wahrheit gekämpft haben. Wir haben ja diese Rolle versucht zu spielen, aber die gegen uns, gegen unsere Wahrheit. Und dementsprechend war es so anstrengend und es war so ein Kampf. Und dadurch, dass es jetzt eben in der neuen Welt um Leichtigkeit geht, um Freude, wie funktioniert das? Das kann nur funktionieren, wenn du letztendlich du selbst sein kannst, wenn du endlich deine Wahrheit leben kannst. Weil das erfüllt dich, das macht dich glücklich, aber doch nicht, dich zu verbiegen und irgendwas spielen zu müssen, damit man dich mag. Und du wirst sehen, je mehr du in dein Selbstvertrauen gehst, je mehr du in deine Selbstliebe gehst, je mehr du dir auch in deiner Selbstsicherheit bist, desto mehr wird dir das von außen gespiegelt. Da wird keiner großartig mehr kommen und sagen, nee, du kannst das aber nicht. Weil das wird abprallen, weil du ganz anders auftrittst. Vielleicht noch von den Alten oder so. Ist nämlich auch noch eine Frage, wen nimmst du mit sozusagen? Wer ist noch in deinem Umfeld? Bist du noch mit den Menschen zusammen, die dich kritisieren, die dich lieber klein halten wollen, dass du bloß nicht besser bist als die oder weiter gehst? Oder vielleicht dein Lieblingsleben lebst, dein Traumleben, deine absolute Erfüllung, weil sie neidisch sind oder weil sie Angst haben, dass sie es nicht können oder dass das der Spiegel ist für sie, dass sie es nicht machen? Bist du noch mit solchen Leuten zusammen? Oder bist du schon mehr mit den Leuten zusammen, die dich feiern, die sagen, hey, wie cool, dass du wieder einen Schritt weiter gegangen bist. Wie cool, dass du dir das erlaubst. Wow, guck doch mal, wie du jetzt strahlen kannst. Das ist ein mega Unterschied. Vielleicht sagst du jetzt, Annette, ja, witzig, ne? Also ich meine, ich habe da so ein paar Familienmitglieder, die mag ich total gerne, aber die haben noch diese Art und Weise. Ist vielleicht auch eine ältere Generation. Wie mache ich denn das? Indem du ihnen mit Liebe begegnest. Wenn deine Mutter, dein Vater oder wer auch immer meint, nee, das kannst du nicht oder lass das mal oder wer denkst du denn, wer du bist oder dies oder jenes, oder das geht doch nicht, das kannst du doch nicht, mein Kind. Begegne ihnen mit Liebe. Du kannst sagen, interessant, ja, deine Meinung. Aber es ist nicht meine. Du kannst du noch sagen, watch me. Und dann zeigst du dir, wie es geht. Das Schöne ist, ich habe das ja auch bei mir selbst erlebt, als ich eben damals diesen Sprung gemacht habe von der erfolgreichen Designerin, die alle toll fanden, sozusagen in Sprung Channel zu sein, Coach zu sein, was für viele unverständlich war. Gerade 2012, was ist das? Und mit Seele und Manuskript für dein schönstes Leben und all diese ganzen Sachen. Da waren viele verwirrt und es hat viele Angst gemacht. Meine Eltern haben sich auch Gedanken gemacht und haben gesagt, oh Gott, und wie wird das denn? Und, ne, liebes Kind, bleib doch lieber da, wo du bist. Und ich war unsicher am Anfang. Ich war total unsicher, weil ich halt eben, wie gesagt, so einen Gegenwind bekommen hatte, eben von meinem Umfeld. Das hat mich natürlich immer unsicherer gemacht, mein Umfeld aber auch. Und darum ist es so wichtig, dass du bei dir anfängst, weil das Schöne ist, du kannst dich kontrollieren und dadurch kannst du dein Umfeld kontrollieren, aber nicht umgekehrt. Und das ist das Schöne, wenn du dir einen neuen Glauben schätzt, neue Gedanken, neue Gefühle, die hängen ja alle miteinander zusammen, dann erschaffst du dir deine eigene Realität. Und das war ja schon immer so. Entweder gehörte man zu den Menschen, die gesagt haben, das Glas ist aber halb leer oder eben halb voll. Und die das Glas halb voll gesehen haben, denen ging es natürlich besser so los. Haben die besseres Leben gelebt? Klar. Genauso, wo setzt du deinen Fokus hin? Wenn du deinen Fokus auf das Positive setzt, auf das, hey, wie cool ist das eigentlich? Oder wie dankbar kann ich sein, dass ich so ein schönes Leben lebe? Wird das immer mehr in dein Leben kommen? Das ist ja das Spannende. Auch wenn du anfängst, zum Beispiel, mehr an deinen Seelenpartner zu glauben, dass er das schafft, wird er das auch mehr schaffen können. Weil wir können durch unsere Energie, weil es ist ja alles Energie, durch unsere Energie, die wir dann auch ausstrahlen, können wir auch jemand anderen nicht beeinflussen, in dem Sinne aber Mut machen und auch deren Energie in dem Sinne ändern, weil die dann für sich eben auch erkennen, wow, das ist möglich. Sie glaubt an mich, dass ich das schaffe, obwohl ich so unsicher bin, aber sie glaubt an mich. Und dadurch kann ich zum Beispiel auch wieder mehr dran glauben. Mega spannend, was wir machen können, wenn wir ja unsere ID ändern. Wenn wir nämlich die ID annehmen, mit der wir letztendlich gekommen sind. Und das ist mit deiner Soul-ID. Das ist deine Seelenenergie, mit der du hier bist. Und deine Seele hat ja alles vorbereitet, deinen Seelenplan geschrieben, bis ins Kleinste, ausklamüstert sozusagen, was das Coolste für euch beiden ist, wo du richtig Bock drauf hast, wo du aufgehst, was deine Erfüllung ist in deiner Seelenaufgaben, wo du so viel geben darfst. Und ach, das ist so, ich kann dir es nur aus eigener Erfahrung sagen und auch von meinen Kunden, wo es immer auch darum, natürlich geht es da ums Vertrauen, sich trauen. Ganz klar, es ist auch meistens interessant, was es da für Seelenaufgaben gibt, wo du denkst, wow, das bin ich. Habst du vielleicht noch ein bisschen unsicher, aber dann wirst du immer stärker und immer kräftiger und merken, wie wichtig ist das. Und die sind da ja auch schon die Seelenaufgaben, die jetzt auch gerade gechannelt werden, die sind alle für die neue Zeit. Und ich meine, deine Seele hat sich ja nicht einfach so diese Zeit jetzt ausgesucht, ach, ich inkarniere mal eben, ist ja egal, was da passiert. Nein, es ist die größte Transformation der Geschichte. Also du bist hier und bist ein ganz wichtiger Bestandteil davon, um eben diese neue Welt auch mitgestalten zu können. Und für die, die sagen, nö, das ist alles Quatsch, das ist alles Humbold, jeder hat seine eigene Meinung, können sie gerne haben, aber sie werden merken, dass es schwerer wird. Es wird richtig schwer werden, weil sie durch ihre Negativität, möchte ich es jetzt mal nennen, ohne das jetzt wie gesagt zu bewerten, aber dadurch, dass sie hier unten mehr schwingen, müssen sie ja mehr ankämpfen, was die hoch schwingende Energie angeht. Und je mehr du dich entscheidest, du sagst, cool, ich nehme die Reise an, sozusagen die Einladung, ich gehe mit. klar müssen wir noch mal ein bisschen, wie gesagt, bei uns aufräumen, mal gucken, uns von diesen alten Limitierungen loslassen, um in die neue, in die zu gehen, hatte ich ja auch im letzten Video darüber gesprochen, wie du damit eben umgehen kannst. Bedeutet das eben auch, dass es dir dann eben leichter fällt. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist viel leichter, das ist viel fröhlicher. Das ist einfach so wunderschön, weil du dir, ich schaffe mir so viel glückliche Momente. Ich wurde neulich gefragt, was ist eigentlich so, was war dein schönster Moment die Woche? Ich kann das gar nicht sagen, weil ich so viele kleine Momente habe, die einfach wunderschön ist, weil ich das einfach so genieße, mein Leben, weil ich mein Traumleben lebe, meine Erfüllung, mein Lieblingsleben sozusagen mit meinem Schatz. Und das ist einfach so schön, eben auch in Kapstadt zu sein, uns getraut zu haben, hierher zu gehen und das zu leben. Und jeder Tag ist für mich ein Geschenk, so empfinde ich das. Und das kannst du auch. Das hängt mit deiner Programmierung zusammen, mit dem, wie du die Welt siehst, wie du deine Welt siehst und vor allen Dingen auch, wie du dich siehst. Und was ich auch so spannend finde, ist, dass zum Beispiel Manifestieren immer wichtiger wird in der neuen Welt. Das wird irgendwann ganz normal für uns sein. Jetzt brauchen wir, wie gesagt, noch diese Grätsche von diesem Alten, das kann ja gar nicht gehen, ist ja irgendwo immer noch drin, so ein bisschen, in dieses, wow, das funktioniert ja. Und je mehr du dich dafür öffnest und je mehr du das auch trainierst, weil das ist ja auch, dass du deine Neuronenbahn neu trainieren musst, und zwar so, wie sie dir hilfreich sind für das Leben, was du letztendlich leben willst. Und das ist das Schöne. Und dann, wenn du das für dich verstanden hast, da spreche ich ja auch so oft über dieses Manifestieren und gebe dir da nochmal den einen oder anderen Tipp, weil das mega ist. weil du merkst, wie sich dein Leben verändert und wie leicht etwas eben in dein Leben kommen kann, wenn du das Prinzip verstanden hast. Über das habe ich ja beim Guck mal, da kriegen wir jetzt gleich nochmal ein Zeichen und eine Unterstützung sozusagen von außen. Darum geht es ja. Darum geht es ja, dass du für dich wirklich guckst, was will ich eigentlich? Wie stelle ich mir denn letztendlich mein Leben vor? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich mich fühlen? Mit wem möchte ich zusammen sein? Das kannst du jetzt alles frei wählen. Und was eben auch spannend ist, ist, dass es in der Neuenzeit um die Oneness geht. Jetzt sagst du, oh, was ist denn Oneness? Es geht um dieses Verständnis der Einheit, dass wir alle miteinander verbunden sind. Also wenn du letztendlich gegen einen anderen bist, dann bist du letztendlich gegen dich. Stellst dir vor wie deine Hand. Das bist du, das bin ich, das ist du, 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 du. Wir sind alle miteinander verbunden und jeder ist individuell und einzigartig und jeder hat seine Aufgabe hier. Ich meine, guck es dir an in der Natur. Ich meine, wenn du einen Löwen fragst, warum bist du hier, weiß er das ganz genau und er macht genau das, warum er hier ist. Genau so ein Vogel. Und wenn du jetzt einen Vogel und einen Löwen vergleichst, vielleicht nebeneinander stellen dich, dass du Löwen den Vogel frisst, nein, wenn du die mal so vergleichst, jeder hat doch was ganz Tolles und was ganz Einzigartiges. Es geht um deine Einzigartigkeit, dass du die entdeckst und dass du dich lebst und dass wir die auch erwecken in dir. Wenn ich zum Beispiel die Seelenaufgaben channel und du eine Soli darin bist, wenn du für dich schon länger merkst, hey, ich bin hier, um was ganz Wichtiges zu machen, bin hier, um zu lieben, um zu führen, um ein Lehrer zu sein, was es auch immer sein mag bei dir, dann ist es jetzt ganz, ganz wichtig, in einer neuen Zeit für dich, deine Seelenaufgabe herauszufinden, weil dann weißt du auch, warum du hier bist. Und sofern du weißt, warum du hier bist und was du für eine Gabe hast und dass du hier geben sollst, wird auf einmal Arbeit nicht mehr Arbeit sein in dem Sinne, sondern du hast richtig Bock drauf und du merkst dann auch, wie wichtig und wertvoll du für diese Welt bist. Und darum geht es ja zu erkennen, wie wichtig du bist und dass du auf alle Fälle dazugehörst. Und das Spannende ist auch, wenn du deine Seelenaufgabe lebst, annimmst, dich mit ihr auch vereinst sozusagen, die ist ja für die neue Welt geschaffen, das ist ja das Spannende. Also der Markt ist da, deine Kunden sind schon da, das hat ja deine Seele alles für dich vorbereitet. Und wenn du das für dich verstehst, ist es mega. Und Erfolg wird eben auch neu definiert in der neuen Welt, habe ich auch schon oft drüber gesprochen. Und für mich bedeutet Erfolg, dass du das machst, warum du hier bist. Ist das nicht cool? Sondern sich nicht mehr gucken, ich muss ja das machen, was der macht und nur wenn der, so, dann bin ich auch. Nee, es geht darum, was ist dein Erfolg? Warum bist du hier? Und das ist das genau zu machen, warum du hier bist. So wird Erfolg in der neuen Welt einfach neu gesehen. Und da ist der Fokus auch anders. Der Fokus ist nicht mehr darauf, was bekomme ich in dem Sinne, sondern zu wem werde ich? Habe ich gerade drüber gesprochen, was passiert, wenn du zu etwas wirst, eben zu deiner neuen ID sozusagen, zu deiner neuen Version, die ja sowieso schon in dir schlummert. Und das Spannende ist, wenn du dich, sofern du dich mit deiner Seele vereinst, Izzy und ich, ich sage dir, seitdem die wirklich so präsent in mein Leben gekommen ist, hat sich so vieles verändert. Und wir werden immer mehr One sozusagen. Und das ist so cool, sie zu spüren in mir und zu wissen, boah, da ist diese Kraft, die da ist, das ist der Wahnsinn. Und auf einmal fällt dir alles viel, viel leichter. Natürlich habe ich auch meine Herausforderungen, das ist ganz klar. Aber wie gehe ich damit um? Ich sage, cool, interessant, darf ich wieder was lernen? Und ich stelle mich dieser Herausforderung. Und darum geht es ja, zu wachsen und zu reifen. Darum sind wir hier. Das bedeutet Leben. Und in der neuen Welt geht es eben auch um Fülle. Wie gesagt, nicht mehr ums Kleinhalten, sondern es geht um Fülle, dass du alles haben kannst. Und sofern du zu der Version wirst und eben zu deiner Seele, deine Seele kennt auch gar keine Limitierung. Das bist du als Mensch. Die wird wahrscheinlich mal sagen, oh Gott, ich habe das doch alles hier geschafft. Nein. Du bist ja in deinem Seelenplan eben auch durch viele Erlebnisse durchgegangen und hast sie erlebt, die ja auch wichtig waren für deinen Seelenplan, eben auch für deine Seelenaufgaben. Und eben auch, hatte ich ja auch schon oft drüber gesprochen, um eben auch klar zu wissen, dafür setze ich mich ein oder das sehe ich so und so. Darum ging das ja auch, dass du das letztendlich erlebt hast, dass der eine härter, der andere weniger hart, aber jeder haben wir da unser Päckchen zu tragen, unseren Rucksack und sozusagen den eben auch zu leeren. Weil das gilt zum Beispiel auch für deine Seelenpartnerschaft, habe ich auch schon oft drüber gesprochen. Wenn du diese Seelenpartnerschaft kleben willst, dann darfst du deinen Rucksack leeren. Und das ist doch so toll, wenn du dich davon befreist. Du brauchst keine Angst haben, weil wen entdeckst du denn, wenn du dich von den Limitierungen befreist? Dich! Und du bist das Wertvollste in deinem Leben. Denn das ist das Schönste, dich selbst zu entdecken. Und je mehr du mit deiner Seele halt im Einklang bist und dich mit ihr verbindest und gemeinsam dein Leben gestaltest, wird es grandios. Das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Es ist einfach so etwas anderes. Jetzt ist es nicht so einfach, sofort mit deiner Seele jetzt in die Verbindung zu gehen. Ich meine, sie ist die ganze Zeit bei dir, sie redet auch die ganze Zeit mit dir. Was sie natürlich schon immer gemacht hat, ist, dich zu führen, da, wenn du dich gar nicht wohlfühlst, um, nee, das ist gar nicht gut. Nicht aus der Limitierung heraus, sondern wo du merkst, um, nee, das ist das Zeichen auch von deiner Seele. Nein, geh nicht den Weg, sondern geh den Weg, da, wo es dir letztendlich auch, wo du dich wohler fühlst, beziehungsweise wo du glücklicher bist. Aber jetzt nicht den Weg gehen des geringsten Widerstandes, das ist nicht, warum deine Seele hier ist. Die ist hier, um groß zu sein und nicht, um klein zu sein. Das ist dann eher so diese Komfortzone, wo du auch, nö, bloß nichts verändern. Das ist aber auch nicht das, warum du hier bist. Du bist hier, um zu wachsen zu reifen, um deine wahre Größe zu gehen und deine Aufgabe hier zu leben, deine Gabe zu geben. Dafür hast du eine. Dein Seelenplan zu leben, mit deinem Seelenpartner zusammen zu sein und diese wundervolle neue Liebe leben und damit ja auch wieder so viel Gutes zu tun und zu geben, mit diesen tollen Vibes, die er dann letztendlich in die Welt tragt. Aber eben auch daran zu glauben, dass ihr zusammengehört und dass ihr es schafft. Ich weiß, wie ein Partner du als im Prozess ist eine große Herausforderung für die einen mehr, für die anderen weniger. Und oftmals sind wir Frauen schon ein bisschen weiter und sagen, was hängt da denn dann noch rum oder was eiert er dann noch rum. Aber vielleicht braucht er noch ein bisschen mehr Zeit, habe ich ja auch oft drüber gesprochen. Und in der neuen Zeit geht es auch weniger um die Worte, obwohl die Worte wichtig sind, weil die Worte, die lösen ja auch was bei dir aus. Aber ich kann zu dem einen das eine Wort sagen, zu dem anderen das gleiche Wort und ich triggere was völlig unterschiedliches. Sondern es geht jetzt ja auch mehr darum, um die Wahrhaftigkeit, um die Wahrheit. Wie wollen wir jetzt leben in der neuen Welt? Das heißt, uns nicht mehr irgendwas vormachen. Wir wollen auch nicht mehr, dass der andere uns etwas vormacht. Und da ist ja auch diese Sensibilität, die jetzt einfach mehr steigt, auch dadurch, weil wir einfach höher schwingen, dass wir das mehr wahrnehmen können, dass wir es mehr lesen können, dass wir es auch mehr verstehen können, was da letztendlich richtig passiert bei dem anderen. Weil der eine kann dir noch sonst wo sagen, ich liebe dich und ja, 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 ich schaffe das und schaffe das nicht. Oder du merkst, ah, okay, er wird so gerne, aber da ist vielleicht noch etwas, was da wirklich ihm noch auffällt. Du wirst es unterscheiden können und nicht mehr darauf reinfallen. Und das finde ich eben auch so cool, dass wir da für uns unsere Selbstsicherheit finden, eben auch beurteilen zu können. Ist das jetzt richtig, was mir da jetzt gesagt wird oder nicht? Oder entspricht das der Wahrheit? Und ist da wirklich dieser Wille dahinter sozusagen, ich meine nur, der Wille reicht nicht, das ist ganz klar, sondern ist da wirklich dieser innere Wunsch da, das eben zu schaffen und da eben auch zu supporten. Also was am besten tun? Ganz klar herausfinden, warum bist du hier? Was ist deine Seelenaufgabe? Was ist dein Seelenplan? Was hat deine Seele vor mit dir? Das mache ich in meinem VIP-Programm. Das ist so mega cool, auch wenn du deiner Seele zum ersten Mal so richtig begegnest. Das ist so berührend. Also das ist der Wahnsinn, diese Kraft zu spüren und diese Größe zu spüren. Also ich kann es dir nur ans Herz legen. Wenn du möchtest, dass ich dich da begleite, dass wir das gemeinsam für dich herausfinden, gerne schau auf meiner Webpage vorbei, annettbormister.com. Dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, auch eben für sich zu gucken, was muss da noch geändert werden bei mir? Was möchte ich auch noch ändern? Was möchte ich transformieren? Also, dass du in deine Selbstermächtigung gehst, dass du in deine Selbstliebe gehst, dass du selbstsicherer wirst, dass du aus dir heraus agierst, dich nicht mehr von außen so beeinflussen lässt. Klar, wenn sie dich feiern, logisch, cool, aber nicht klein halten, sondern dass du in deine wahre Größe gehst. Ganz, ganz wichtig. Dann natürlich auch in deiner Seelenpartnerschaft, dass du da guckst, worauf kommst du an? Was will ich eigentlich? Was wünsche ich mir eigentlich für eine Partnerschaft? Und wie muss ich mich verändern? Wie muss ich werden? Es geht die ganze Zeit darum, zu welcher Version von dir musst du werden, um letztendlich, oder darfst du werden, um letztendlich das eben auch leben zu können, was du dir wünschst. Und wie gesagt, in der neuen Welt, da ist die Fülle, da ist die Leichtigkeit, da ist die Freude, da ist die Liebe. Ganz, ganz groß. Da geht es um Leben. Das heißt, da braucht man diese Limitierung nicht, dieses minderte Selbstwertgefühl. Da geht es darum, in die Fülle zu gehen, in unsere Kraft zu gehen, in unsere wahre Schönheit. Und dafür müssen wir uns natürlich vorbereiten. Das ist ganz klar. Und da wirklich, wie gesagt, gucken, wer bist du wirklich? Weil darum geht es, nämlich in der neuen Welt, du selbst zu sein. Du selbst zu sein, das zu machen, was du liebst, von morgens bis abends, wo du Raum und Zeit vergisst, wo du so viel geben kannst, wo so viele dankbare Kunden schon da sind, weil sie genau darauf gewartet haben. Und das auch noch eine Gabe ist, eine Aufgabe, eine Mission für die neue Welt, um die mitzugestellt. Stell dir das mal vor. Dann Seelenpartnerschaft, diese neue Liebe zu leben, die Liebe in Freiheit, nicht mehr dieses alte Modell, du musst mich glücklich machen, nur dann, nee, oder du bist für mich verantwortlich. Nein, in die Selbstverantwortlichkeit gehen, selbst zu verantworten, selbst zu entscheiden und nicht mehr die Kontrolle immer im Außen. Nein, du kannst dich kontrollieren, du darfst dich jetzt kontrollieren. Und das Schöne ist, dass du damit dir alles erschaffen kannst, was du dir wünschst. Ist das nicht cool? Und jetzt meine Frage an dich. Wo und wie siehst du dich in der neuen Welt? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Ich bin schon mega gespannt drauf. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Von mir gibt es schon mal ein High-Five für dich und deine Seele. Ich freue mich drauf, mit dir in die neue Welt zu starten, sozusagen, und da so richtig schön mitzugestalten und uns die schönste Welt zu erschaffen, die wir uns nur vorstellen können. Ciao von au. Wir sehen uns im nächsten Video. Deine Annette und Isi. We love you. Tschüss.